Girokonto oder auch so? Erstmal Giro jetzt, wir tasten uns ganz langsam ran. Siebeneinhalb? Und so overall? 620 oder sowas. Was machst du? Ich hab viel angelegt schon seit immer und ich bin Jurist. Das sieht man mir nicht an, ich weiß. Woll grad sagen, wen willst du denn? Ja, wer ist Steuerberater? Ja, wer ist Steuerberater?